John, Pano! Buongiorno! Ah, unser Lieblings-Italianno! Sie wollen bestellen? Ah, wie Sie sehen, wir sind eine große Gruppe und möchten nur was zum Trinken. Ja, ich sehe. Bitte schön. Also, bitte zwei Prosecci. Prosecci. Ach ja, wir könnten ja in Prosecci baden. Nicht wahr, nicht wahr? Prosecci. Dann bitte drei Kaffee Carotto. Corretto. Genau, Carotto. Ja, mit einem Schuss Alkohol. Corretto. Und das bitte mit Sambuccia. Sambuca. Dann vier Espressolini. Sì, guten Nacht. Ja, Espressolini. Zwei Cappuccinolos. Cappuccini! Cappuccini! Nix Cappuccinolo! Espressolini! Caccolini! Cappuccini! Cappuccini! Vielen Dank.